Ehm, eher unwahrscheinlich, dass du nur eine Person triffst, das sind dann halt mehrere. Ja klar. GAAH! Wir machen den Ofen wieder aus, das ist einfach zum Arm. Hm. Hm. Unidas Patrouille in unserer Richtung. Hm. Hm. ein fahrzeug gebeten aber wo ist denn jetzt mein auto warum erschießt jetzt aufpassen gegner im bereich moment ich fahre ok auf geht's ok 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 Ja, 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 ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist der Sohn als Basis? Erwarten die Besucher oder sind sie nur paranoid? Falls sie die Muskeln spielen lassen, klappt es. Könnte ein größeres Gewehr brauchen. Flachbereit? Feuer, Feuer, Feuer. Roger. Nix, Feuer, Feuer, Feuer. Haltet den auf. Nein, nein, nicht schießen. Er ist tot. Scheiße. Was hab ich denn hier an der Basis? Was hat die denn hier Schönes? Waffenkiste hätte die. Ah, fuck. Meine Autos sind auch alle im Arsch. Oh, warst du mal falsche Richtung? Da sind wir doch gar nicht hingefahren. Boah, das ist auf jeden Fall ein Auto, sehe ich gerade. Schützt du den Zugang zur Operationsbasis? Ist egal, lass uns erstmal die Hauptliste hier weitermachen. Einer unserer Agenten in der Uni-Dat ist aufgeflogen. Ein Kartellmann trifft sich mit seinem Uni-Dat-Kontakt, um seine Identität preiszugeben. Das darf nicht passieren. Scharf, Schütze. Folgen Sie dem Offizier und eliminieren Sie den Kartellmann. Mist, Scharf, Schütze. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Scheiße. Das ist eine Zona Militär. Achtung, Feindpräsenz. Was hab ich denn hier bitte gesehen? What the fuck? Ach, leck mich doch heute, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie sollte ich mir andere Sachen anziehen, glaub ich? Ey, das ist ein Auto. Das brauch ich. Raus aus dem Auto. Sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ich fahre. Los geht's. Ja, dann steigt doch mal ein, damit ich fahre. Ja, dann steigt doch mal ein, damit ich fahre. Ja, dann steigt doch mal ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schieße! Ich brauche eine andere Waffe. Schieße! Schieße! Wir haben Verluste. Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste. Was gut zum anderen Stiefeln. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Gernotte, volle Deckung. Nein! Ich bin einfach mal ein Heli zerstört. Vielen Dank. Verluste, hier drinnen. Ich weiß, wo ein Care-Paket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Schiff, Mann am Boden. Kein Glück heute, ne? Ja. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Gernotte. Gernotte kommt. Gernotte. Ihr seid auch. Gernotte. Wie soll man das? Gernotte. Es geht. Wir haben auch das Angelegen. Wir haben dann das Angelegen. Wir kommen mit einem Schiff. Vomöge haben, C-Line. Wir haben jetzt einen Fehler, also die Gefangeln. Wir haben einen Itaum. Wir haben die Gefangeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Ohne mich weitergehen. Ohne mich weitergehen. Die Drohne ist oben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Soll ich jetzt da einfach rein? Bestätige, Ziel ist der Unidad-Kontakt. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Diga, hast du diesmal was Gutes? Der letzte Tipp war Mierda. Yankee-Spione in der Unidad? Wie viele? Listo, listo. 10.000 Dollar. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Ich frage mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartell-Informanten um. Nein, hier geht's nicht. Und jetzt komm ich da nicht hoch, ne? Ne, warte, der fährt mit dem Auto. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der hinfährt, deswegen müssen wir auch so ein bisschen Abstand halten. Und dann auch das Auto direkt da. Und dann auch das Auto direkt da. Und dann auch das Auto direkt hier an der Dings entlang. Ja. 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 Und dann auch das Auto direkt da. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, warum ey, warum ey? Oh mein Gott, warum ey, warum ey, warum ey, warum ey? Oh mein Gott, warum ey, 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 Hier sind Suchscheinwerfer. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Falle. Zivilisten. Wir wollen niemanden versinklicht. Wir haben hier Suchscheinwerfer. Da drin sind Lichtpaneele. Wir hatten Suchscheinwerfer. Kann ich von da aus rechnen? Äh, sowas drauf komme ich gar nicht. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze, oben auf der Bedeutung. Da wollen wir schon einigen. Und da müssen wir noch etwas trocken. Das Problem ist ja, wie wir arbeiten. Wir haben sie aufgescheucht. Das war knapp. Halt, die werden dich sehen. Hier sind ein paar Licht daneben. Setze Drohne ein. Scharfschütze im Turm. Ist das ein Luftabwehrsystem? Das heißt, selbst wenn ich mit dem Heli versuche, ihn wieder abzuhauen, würde es nicht funktionieren, weil das Ding mich dann sofort ortet. Hey, ein Unidatssoldat. Beim Gefängnis. Wie kommt ihr jetzt dann da rein hier? Und das macht Rai. Markiere Feind. Scharfschütze im Turm. Ziel markiert bei seinem Umfeld im Auge. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Die Wunschwörter. Ja. Abrieren Fuego. Ich will da nur in dieses scheiß Gebäude rein, ey. Und wie kommt er denn da rein? Hmm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das Ding stabil? Das ist nicht zufällig... Okay, alles ist gut. Warum ist der rot? Schaffschütze, oben auf dem Turm. Was ist das Ding stabil? Scheiße. Die Unidad greift die Rebellen an. Was sollen wir tun? Was ist das Ding stabil? 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 Wir sind unter den Führung der Arme, und wir wissen, wie viele sind. Wir haben einen Druck von der Abwehr. Eli, in der Schacht. Der Parkplatz. Achtung! Ach, leck mich doch.